Hallo, mein Name ist Osan Azubu. Ich bin Baustoffprüfer Azubi im ersten Lehrjahr und nehme euch für einen Tag in meinem Ausbildungsalltag mit. Kommt mit! Vor der Ausbildung habe ich zwei Semester BWL studiert, war aber sehr unglücklich über die Studienwahl und wollte vielmehr einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt, habe dann im Anschluss im Internet recherchiert, was dazu passt und bin auf den Beruf des Baustoffprüfers gestoßen. Da wusste ich, dass es genau das Richtige für mich ist. Baustoffprüfer bei der MC werden rein in den Laboren eingesetzt, zum Beispiel im Betonlabor, wo neue Zusatzmittel für Beton entwickelt werden, in der Qualitätsstelle, wo die Qualität der Produkte sichergestellt wird oder auch im Labor für mineralische Baustoffe, wo neue Produkte entwickelt werden. Heute werden wir Betonversuche machen für ein neu entwickeltes Zusatzmittel von der MC Bauchemie. Dazu werden wir das Ausbreitmaß vom Beton bestimmen, Betonwürfel herstellen und diese anschließend abdrücken. Bevor wir mit unserem Betonversuchen beginnen können, müssen wir unsere Mischung erstmal vorbereiten. Dafür brauchen wir einmal Gesteinskörnung in unterschiedlichen Größen, Zement und Wasser, denn daraus besteht nämlich Beton. Wie man hier schön sehen kann, sieht man, dass der Beton viel zu trocken ist und er wäre so unmöglich zu verarbeiten auf der Baustelle. Deshalb geben wir unser neu entwickeltes Zusatzmittel hinzu. Dank des Zusatzmittels sehen wir jetzt, wie sich die Konsistenz des Betons verändert hat. Jetzt möchten wir die Konsistenz des Betons testen und dafür bestimmen wir das Ausbreitmaß. Die Ausbildung zum Baustoffprüfer dauert drei Jahre und ist dual organisiert. Das heißt, mal ist man blockweise im Betrieb in den unterschiedlichen Laboren und mal in der Schule in Beckum. An der MC schätze ich vor allem das gute Miteinander unter den Kollegen und unter den Azubis. Zudem ist es eine wirklich sehr vielfältige Ausbildung, da man die unterschiedlichen Labore durchläuft und die unterschiedlichsten Tätigkeiten auch selber ausführen darf. Man wird Schritt für Schritt in den täglichen Geschäftsalltag integriert und kann schon so früh Verantwortung übernehmen. Ich gehe jetzt zu meinem Ausfüller. Ich muss nämlich noch meinen Wochenbericht abgeben. Diese Wochenberichte sind Bestandteil der Ausbildung und müssen wöchentlich geführt werden. Marcel der Panderei. Marcel der Sohl. Ich habe noch meine Wochenberichte für Sie. Super, vielen Dank. Wenn ich mir gleich angucken. Kommen Sie mit in die Kanteine noch was zum Essen? Sehr gut, ich habe schon Hunger. Im ersten Schritt hatten wir ja die Konsistenz überprüft des Betons und jetzt wollen wir schauen, wie es mit der Druckfestigkeit aussieht. Und dafür werden wir einen Betonwürfel herstellen. Und den werden wir anschließend abdrücken und schauen, welche Druckfestigkeit er hat. Das war dann auch schon der letzte Versuch für heute. Wir haben die Druckfestigkeit bestimmt und die war wirklich sehr gut. Ich gehe mich jetzt umziehen und ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in den Beruf des Baustoffprüfers geben. Vielleicht sieht man sich ja demnächst. Ihr könnt natürlich nicht mitkommen.